Altona Gegen Rochters Nassel traf er hier nach 4 Minuten zum 1-0 und seinem ersten Saisontor, das war wieder Spielminute 4, um ein Haar, erneut der Pini Blitzstart. Der LSK kam in der 10. Minute, Can Düssel gegen Yilmaz und Schiedsrichter Felix Barth zeigte auf den Punkt. Klare Geschichte, Düssel wünscht sich den Kontakt, Yilmaz tut ihm diesen Gefallen. Altona eigentlich in Überzahl, ein unnötiger Elfmeter, den sich Marian Kunze schnappte, 0-1. Erste Saisontor für Kunze hat er in der Jugend beim FC St. Pauli gespielt, danach in der zweiten Mannschaft seit 2017 trägt er das Trikot vom LSK. Bei Altona Salah im Tor neu für Grober, der machte den Dancing-Dudeck-Schuss, zuplatziert die Führung für die Gäste, nüchtern registriert vom Trainerteam. Ganz links übrigens Rainer Zobel, der in den 70ern dreimal mit dem FC Bayern den Europapokal der Landesmeister gewinnen konnte. Fünf Minuten vor der Pause erneut die Gäste mit Tomek Power und mit schönen Grüßen ans Aluminium. Dann nochmal der Zweikampf mit Dagott, nicht richtig aufzulösen, ob Maximilian Dagott da die Sohle drüber gehalten hat. Der AFC jetzt im Glück. Es gab immer mal wieder kleine Lichtblicke nach vorn, aber die klareren Chancen hatte der LSK. Stefan Wolk mit viel Zeit und dem Auge für Istefo. 45. Minute die Gäste zu einem psychologisch nicht unwichtigen Zeitpunkt mit dem 0 zu 2. Istefo von Liga-Konkurrent Jedelo gekommen von Hause aus. Linksverteidiger aber extrem offensiv unterwegs. Er gewann das Duell, der 19er gegen Altonas Mundheng. Drittes Saisontor schon für Istefo. Ein Saisonsieg erst für Altona 93. Berkan Allgern schon wieder früh in der Saison mit Sorgenfalten auf der Stirn. Seine Mannschaft versuchte es nochmal vor der Pause mit Penny. Doppelpass mit Schulz. Und dann erwachte die Adolf-Jäger-Kampfbahn. Nur noch 1 zu 2. Altona trifft nach zwei torlosen Spielen wieder mal Erdogan Penny mit seinem zweiten Saisontreffer und mit ganz feiner Klinge. Neue Hoffnung also für Berkan Allgern und Co. 45 Minuten waren noch Zeit, um zumindest einen Punkt zu holen. Aber Altona tat sich schwer, Chancen zu kreieren. Denn offensiv war er im zweiten Durchgang Mangel war er. Maximilian Dagott hatte die einzig nennenswerte Szene. 1123 Zuschauer an der Kriegstraße bekamen nichts mehr zu sehen für ihr Eintrittsgeld. Die Gäste aus Lüneburg entführten am Ende drei Punkte aus Hamburg-Altona. Klettern auf Platz 7. Und für Altona bleibt Ernüchterung. Wie in der Saison 2017-18 steckt man ganz tief drin im Tabellenkeller. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kiinnos auf!